So Freunde, das war's also von den Hero-Shapeshifter-Packs. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was hattet ihr einmal drin. Und hier haben wir jetzt tatsächlich die Anzeige Footies-Fanwahl. Die Footies gehen am Freitag wieder los. Wissen wir schon länger. Entscheide, welcher der drei Footies-Nominierten aus seiner Spielerwahl ein Footies-Sieger-ISM erhalten soll. Die beiden Nominierten mit den meisten Stimmen, ah, okay, die zwei mit den meisten, bekommen jeweils eine Footies-SPC, die im Laufe der nächsten Woche eben veröffentlicht wird. Und beide davon werden eben, das Team-Upgrade ist 5 Sterne schwacher Fuß erhalten. Das heißt, da wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Das heißt, neben Gomez haben wir jetzt die Spielerwahl sozusagen. So sieht's aus. Footies-Schwacher-Fuß-Wahl. Heißt das Ganze, wir werden das Ganze mal öffnen und schauen rein. Und Juan Bissaka, Rechtsverteidiger, werde ich definitiv nehmen. Ich hoffe, es werden diese beiden. Und ich gehe stark davon aus, dass die Offensivleute rauskommen. Havertz oder Diaz. Eben hat einer reingeschrieben, gutes Futter an Havertz. Das kann man theoretisch auch so sehen. Ich persönlich hätte aber auch tatsächlich, weil wir schon so viele LMs und rechte Flügel und linke Flügel haben, habe ich eher Bock auf den Havertz-Friends. Sag ich euch, wie es ist, hätte ich Bock drauf. Und nicht nur vom Rating her, sondern allgemein. Also, da wisst ihr Bescheid. Und dann würde ich sagen, war es das für das heutige Video. Wir sehen uns dann morgen in alle frisch wieder. Lasst ein Abo da, lasst Liebe da. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bis morgen, euch einen entspannenden Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.